So, unserer ist der Schwerfste. Da knalleln wir uns jetzt einmal hier rum. Wow! Und dann macht er auch ein Stückchen höher, das ist bei mir klar. So, der nimmt alles mit. Ja, hoffentlich. Ich bin gerade einfach piek auf meiner Forderung. Ich bin einfach nicht froh, dass er noch gut so bestimmt lebt. Ich bin einfach nicht froh.